Moin Freunde, was geht ab? Heute schauen wir uns den guten Brody an, denn er hat ein Musikvideo rausgebracht, was anscheinend nicht so der Musik entspricht, die er sonst immer macht, beziehungsweise die Themen bespricht, die er sonst immer macht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich habe mich sehr schon darauf gefreut und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Okay, ich mag das Gitarren-Riff, das hört sich schon mal ziemlich geil an. Okay, krass. Okay, okay, sehr wild, die Szenerie ist eigentlich ziemlich geil gemacht, mit diesem Beamer, dass er sich von diesem Beamer so anleuchten lässt, in dem Hintergrund und auf ihm selber das so bestreifelt, sieht sehr, sehr nice aus. Ja, ja. True, true. Smoken, Pilze kiffen, vapen, Hirn wegballern und viel rapen, tragen, Gucci tragen, Prada faken, Rich ist ein Geld von Mama. Leute sind nie damit zufrieden mit dem, was sie kriegen und wollen immer mehr, mehr als an... Ach, das ist geil. Das ist ein geiler Song. Krass, Mann. Ich habe erst gedacht, dass das vielleicht ein bisschen deeper wird, aber das ist geil. Das ist geil, der Beat ist geil und Brody bringt es auch mega gut rüber. und textlich absolut true, absolut true. Oder schreibe ich so. Ja, ja, heutzutage ist das alles ein bisschen anders. Da wird immer nur das schnelle Geld gesehen und manchmal auch gar kein Geld, sondern nur der Schein. Da mehr Leute sind nie damit zufrieden mit dem, was sie kriegen und wollen immer mehr, mehr als an nichts tun. Mehr als an nichts tun. Ob das Apo Reds Bettlagen ist? Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sag mal, war das nicht anstrengend, Brody, dass du da die ganze Zeit... Du guckst ja so die ganze Zeit leer in die Richtung. Du musst doch Folgeflash von dem Wimmer gewesen sein, oder? Eieiei. Aber ist geil gemacht. Pilze käfen, waben, hinweg, ballern und viel rafen, tragen Wutschi, tragen Prada, faken, rich sein Geld von Mama. Leute sind nie damit zufrieden mit dem, was sie kriegen und wollen immer mehr, mehr als an dem Meer. Leute sind nie damit zufrieden mit dem, was sie kriegen und wollen immer mehr, mehr und nichts tun. Leute wollen die ewigen Frieden greifen weit nach Kriegen und wollen immer mehr, mehr als an dem Meer. Leute sind nie damit zufrieden mit dem, was sie kriegen und wollen immer mehr, 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 mehr und nichts tun. Alter, jetzt habe ich einen Ohr von mehr, mehr, mehr. Geil. Also ich muss sagen, ich muss wirklich sagen, von den Songs, die ich jetzt von Brody gehört habe, grüße ich ihn raus, das war wirklich der Beste, das war der stärkste Song. Krass. Richtig, richtig geil, hat Laune gemacht. Und ich, also, der hat auf jeden Fall Potenzial in meine Spotify-Playlist zu wandern, weil es war, das hat alles sehr, sehr stimmig gepasst, war geil. Schaut bei Brody vorbei. Stark. 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 upgrading.